Der Kongress und Eventtag bietet konkret 50 ausstellende Unternehmen aus dem Bereich Eventlocations, Tagungshotels, Kongresszentren und aus dem Agenturbereich, die hier ihr Angebot ganz gewündelt und vor Ort vorstellen. Kongresse in Köln sind nicht nur ein Erlebnis, sie sind von der Fachlichkeit her überzeugend und Kongresse werden in Köln in einem so professionellen Umfeld angeboten, dass man jederzeit nach Köln wiederkommt. Das Highlight war, dass ich heute die Zeit hatte, mit allen Ausstellern ausführlich zu sprechen, zu diskutieren. Wir haben hier nicht die Aussteller, die Besucher Massen empfangen, sondern eine kleine, homogene Einheit qualitativ hochwertiger Meetingplaner hier gehabt. Kongresse und Events in Köln zu veranstalten, ist deshalb abjektiv, weil Köln liegt unwahrscheinlich zentral. Es ist verkehrsmäßig perfekt angebunden als Achse Nord-Süd-Ost-West innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb Europas. Wenn Sie das kölsche Lebensgefühl kombiniert mit einer hervorragenden Veranstaltung und ganz tollen Partnern erleben möchten, kommen Sie an einer Veranstaltung in Köln einfach nicht vorbei. Sie sollten Ihre Veranstaltung hier in Köln machen, weil Köln optimale Bedingungen bietet und Köln einfach die geile Stadt der Welt ist.